Hallo, ich bin Julia, Julia Lortas. Ich habe vor zwei Wochen meinen Abschluss in Fotojournalismus und Dokumentarfotografie in Hannover gemacht. Ich komme aus Einweck und habe hier bei Natur und Mensch das Werk I Have a Dream eingereicht und damit den Kunstpreis gewonnen. Ich bin natürlich total überwältigt, weil ich das letzte Jahr das erste Mal da war, die Ausstellung hier gesehen habe, gerade hier in der Kirche auch, war sehr beeindruckt von der Location und wollte unbedingt dieses Jahr teilnehmen und habe etwas eingesendet und jetzt tatsächlich den Preis gewonnen. Das ist total irre und ich bin auch mega stolz irgendwie. Und genau, hier sieht man meine Installation, die aber nur funktioniert, wenn man den roten Button drückt. Das heißt, der Rezipient muss quasi tätig werden, damit überhaupt etwas passiert und im besten Falle auch die ganze Installation dann auch aushalten. Das Video, der Wald, der sich dann verändert und wenn er es nicht aushält, drückt er wieder und dann stoppt das Video und nach kurzer Zeit springt das auch wieder an und Anfang zurück. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020